Ah, meine Lieben, habt ihr ja so einen Scheiß-Dock heute, wie ich heute. Deswegen macht man heute Kommentare kommentieren, beziehungsweise ich beantworte eure Fragen, weil ich glaube, das brauche ich jetzt, weil alles, was ich heute auch lange, funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht funktioniert ja das. Ja, Hudi, hallo, meine Lieben. Erstmal wieder vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare. Wir sind kurz vor 300 Abonnenten. Ich weiß schon, was ich mache, aber ich komme erst mal zu die 300 und dann seht ihr es schon. Ja, zu unserem ersten Kommentar, der ist vom Rainer Reul. Hallo Andi, vieles kommt mir bekannt vor und so gehe ich auch an die Vocalbearbeitung ran. Einen Punkt hast du nicht angesprochen, den Hall. Da hänge ich immer am längsten dran und am Stereo-Panorama. Oft habe ich das Problem, dass ich mit den Instrumenten sehr zufrieden bin, aber der Gesang sich anhört, als wäre der Sänger vor, neben oder hinter der Band. Dann bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Tja, war ja nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber das muss auch gerade so sagen, Vocals sind in einem Song das absolut Wichtigste und auch das, was am zeitintensivsten ist. Und vor allem, unser Ohr ist auch darauf geschult, wir hören ja jeden Tag menschliche Stimmen. Und deswegen hören wir auch das ungeschulte Ohr sofort, wenn irgendwas an der Stimme nicht passt. Deswegen ist es auch völlig normal, dass man hier die meiste Zeit investiert. Und natürlich, jetzt war es ja mal Vocalbearbeitung hier, vielleicht nur ein Einser dazu machen müssen. Wir haben natürlich noch mehrere Teile, wie jetzt die Vocalbearbeitung weitergeht. Ich habe es ja auch am Ende des Videos gesagt. Wir kommen ja auch dann noch mit der Doppelung. Und dann machen wir natürlich, deswegen auch immer wichtig, dass sie mir Feedback gibt, machbar dann natürlich auch, wie man Hall hinzufügt. Und vor allem, was man mit dem Hall machen muss, dass der die Stimme nicht vermatscht. G-Hulk, ich habe eine Frage und zwar, wenn ich in einer Spur nur die Karaoke-Version habe, beziehungsweise Instrumental-Lied habe, kann man bestimmt mit Cakewalk die Transpose ändern, höher oder tiefer. Wie macht man das? Könnte mir da jemand helfen? Habe ich ja schon drunter kommentiert. Natürlich kann ich auch mit Cakewalk ganz einfach, was du meinst, ein Pitchhifting machen oder auch ein Time-Stretching. Dazu importiere ich mir das jeweilige Pfeil in Cakewalk rein. Dann habe ich diesen Clip und auf den Clip gehe ich dann drauf und dann oben auf Modifizieren Tonhöhe ändern. Und je nachdem, welches Ausgangsmaterial du hast, musst du hier unter verschiedenen Algorithmen den richtigen auswählen. Wenn es natürlich eine Karaoke-Version ist, dann würde Radius-Mix am besten passen. Und es steht aber auch in der Cakewalk-Hilfe, welcher Algorithmus für welche Zwecke am besten geeignet ist. Ansonsten ausprobieren. Freier Bewerzer. Gibt es davon einmal die Browser-Version und die Desktop-Version? Ja, also es war Band... oder anders gesagt, Cakewalk wurde ja von BandLab damals aufgekauft. Und BandLab gab es ja schon damals als Handy-App für Android und iOS, wo du eine mobile DAW hast. Und das Ganze gibt es auch noch als Browser-Version auf bandlab.com. Und da ja jetzt Cakewalk zu BandLab dazugehört, gibt es nach und nach immer eine bessere Integration. Vorher war es echt anstrengend. Ich musste Einzelspuren aus BandLab exportieren oder aus Cakewalk, wenn ich es tauschen wollte. Oder wenn ich hin und her tauschen wollte. Das brauche ich jetzt heute nicht mehr. Ich habe jetzt hier bei Cakewalk unter Datei, gibt es auch hier Browse BandLab Projects. Und da kann ich jetzt alle meine BandLab-Projekte importieren. Ein Feature auf, das ich schon sehr lange gewartet habe. Und wenn ihr mal eine DAW sucht, die ihr mobil unterwegs nutzen könnt, dann schaut euch mal das BandLab an. Das habe ich jetzt auch seit ein paar Jahren auf meinem Handy. Und wenn ich so spontane Ideen habe, total geil. Handy-Healing-Aufnahmedrucker aufnehmen und dann kann ich es direkt in Cakewalk importieren. Solange ich eine Internetverbindung habe. Blizzard, grüß dich! Wie bekomme ich ein gutes und klemends Voice-Recording hin? Ich mache Rap und benutze das Shirt SM7B und dem GXLR-Interface. Also ich glaube, mit Klemen Voice, ich wissen, wie du an Klemen seine Vocals gut hier kriegst. Na, du meinst wahrscheinlich cleane Vocals. Und statt Shirt ist bestimmt Shure, das Shure SM7B. Und wie kriegt man jetzt gute Vocal-Aufnahmen hin? Also das A und O ist für mich nach wie vor ein guter Raum. Ich habe es ja schon öfters gezeigt oder hören lassen, was passiert, wenn ich ein teures Mikro in einem schlechten Raum habe. Ja, und dieser Raum klingt deutlich schlechter oder ein billiges Mikro in einem guten Raum. So klingen meine Aufnahmen mit dem... Ja, der Raum ist immer noch das A und O. Ihr braucht euch überhaupt keine teuren Audio-Interfaces und Mikros kaufe, so Telefunken für 11.000 Euro. Wenn euer Raum scheiße klingt, das kann kein Mikro von der Welt kompensieren. Also, guter Raum und dann drehen wir weiter. GamingKillerTV, wie hast du das gemacht, dass die Stimme links und rechts ist? Die Optionen mit dem Pan gibt es bei mir nicht. Habe ich da irgendwas übersehen? Na, da hast du nichts übersehen, weil es ist bei Cakewalk, ich weiß nicht warum. Normalerweise sollten immer alle dastehen, meiner Meinung nach, aber bei der Standardinstallation ist es auf Benutzer definiert eingeschränkt. Das ist genau dieser Button hier, oben im Drittel. Und wenn ihr da draufklickt und statt Benutzer definiert alle auswählt, dann ist auch deine Panning-Einstellung wieder da. Also, ansonsten kann man das auch immer dann auf der linken Seite mit dem Inspektor machen oder natürlich unter Ansicht Mischpult-Ansicht. Ansicht, Ansicht, Mischpult-Ansicht. Judy Austria, hi Andi, ich mache schon recht lange Home-Recording und habe meine Anlage jetzt erneuert. Natürlich mit Cakewalk. Deine Videos haben mir das Leben echt erleichtert. Danke vielmals dafür. Ich bin von der alten Cubase-Version gekommen. Der Workflow mit Cakewalk ist natürlich etwas anders, also solltest du mal nach Wien kommen, ein paar Bier als Dankeschön stehen. PS, dachte echt, Lava kommt von den vielen Labern. Liebe Grüße aus Wiener. Ja, liebe Grüße zurück aus Wien. Passt ja beides. Einerseits haben wir einen Rottenburg an der Lava, andererseits labere ich natürlich auch gern. Also vor dem her passt ja auch meine E-Mail-Adresse, wenn ihr mir mal ein paar Zeilen schreiben wollt. Und das Angebot nehme ich natürlich gern an, wenn ich mal nach Wien wieder kommen sollte. Vielleicht wird es jetzt nochmal ganz einfacher, jetzt wo die ganzen Einschränkungen Covid-bedingt ein bisschen lockerer werden. Aber was war denn eigentlich deine Frage? Achso, das war keine Frage, das war nur eine Anmerkung. Ja, vielen lieben Dank dafür. Finde ich cool, wenn du dann von Cubase nach Cakewalk gewechselt bist. Ich kenne da jemanden, so einen Einhorn-Liebhaber unter euch. Der ist ja auch ganz wacker an Cubase dran. Vielleicht wirst du ja auch nochmal zu einem Cakewalker. Frank Bertling. Ich weiß gar nicht, was du mit deinem Signature-Move willst. Guter Content kommt doch auch ohne aus. Hab sowas bei Rick Beato zumindest noch nie gesehen. Dein Content ist halt echt hilfreich und kann man sich gut angucken. Der braucht nichts, was du da nicht ohne laufende Kamera machen würdest. Hab mich trotzdem gefreut, über deinen Kanal zu stolpern. Und wenn es dir Spaß macht, kann ich auch mit deiner Begrüßung oder Verabschiedung leben. Viel Erfolg mit deinem Kanal. Mein Abo hast du. Also erstmal vielen Dank fürs Abo. Welche Signature-Move meinst du? Die weiß ich nicht. Du meinst wahrscheinlich immer noch meinen Handstand-Überschlag mit einem Eis in der Hand. Das zeige ich aber nur den Außerwelt-Testen unter euch. Und ja, meine Signature-Move. Also wenn du jetzt meine Verabschiedung und meine Begrüßung meinst. Ich bin heute einfach so. Also ich verstehe mich ja nicht, wenn ich mich vor Kamera stelle. Ich bin genau der Typ, den ihr auch live sehen und kennenlernen würdet mit genau dem gleichen Schmarrn. Also ich ziehe mir noch echt nichts aus der Nassen. Das ist alles, was ich mir damals so eingefallen. Weil ich es lustig fand. Ja. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. Und dann haben wir noch von Thomas Schatten. Ja, sag mal, du redest ja borisch. Wo kimmst, wo, was? Wo kimmst denn ihr noch halt her? Coole Videos übrigens. Gut, dass es was zum Thema Cakewalk in meiner Sprache gibt. Und nicht bloß auf Englisch. Obwohl mein Englisch recht gut ist. Ja. Ich tue mir mit Englisch auch relativ leicht. Aber manchmal gibt es dann doch Begriffe, wo ich mir denke, What the Freak Show ist das, was soll das heißen? Aber nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Ich freue mich, wenn dir das Video gefällt. Ja, und wo komme ich denn her? Also ursprünglich komme ich aus dem tiefsten Niederbayern. Das kommt irgendwo so. Wer hat Verkehr, zwischen Verkehr und Bad Birnbach. Da bin ich aufgewachsen. Und dann war ich irgendwann eine Zeit lang in Magdlam Inn. Da, wo der Papst Benedikt herkommt. Wenn ich mal sehr wenig katholisch bin. Aber egal. Und dann war ich eine Zeit lang in Altötting. Und jetzt bin ich wieder. Und jetzt bin ich hier zwischen Lanz und Regensburg. Also falls du mir in der Nähe sitzt, dann sagt es Bescheid. Trink mal einen Kaffee oder so. Und bis dahin habe ich hier noch Videos für euch. Hier das aktuellste Video über die Advanced Fortgeschrittene Serie für Cakewalk. Und darunter haben wir wie immer ein Video zum Chillen. Falls ihr auch genauso einen beschissenen Tag hattet wie ich, schreibt es in die Kommentare. Und bis dahin. Bussi aufs Bauch. Und Servus. Was für ein Scheiß-Dock, ey. Was für ein Scheiß-Dock. Aus derется mitbringst. Was für ein Schreibdekufen. Wöhm.